Hallöchen! Ihr Badenhausen da draußen hat euch ein herzliches Willkommen zurück zum einer Runde des LARES Himmultiplayer mit dem lieben Dragoon zusammen. Hallo! Guten Tag! So, jetzt hab ich mir jetzt mal wehgetan, Astrain. So, weiter geht's. Das läuft. Ja, ehrlich. Was hat er denn hier? Wölkchen! Ne, Kristallin. Naja. Ihr mich auch. Uh, UV-Laser. Sehr schön. So muss das. So und nicht anders. Genau. Ja, und überall sind die UV-Laser jetzt dran. Richtig! Na ja, Kristallin, die können aber auch nichts mehr. Mhm. So. Auch erledigt, das System. Freigeräumt. Gut, gut. So. Du brauchst dort noch Forschung, du brauchst dort auch noch Forschung. Was? Achso, Research Complete. Ja. Ja. Äh. Äh. Das. Konstruktion complete. So. Da ist. MC Forschung ist hier unterwegs. Sehr gut. So. Na da. So. Was sagt ihr, mein kleines Schlawiner? Ja. Ja. Hier könnte ich ja eigentlich noch ein, ein Kraftwerkus bauen. Was? Achso. So. Ja. Ja, ja. Will ich. Mach. Ich möchte das gerne überschreiben. Mhm. Konstruktion complete. Konstruktion complete. So. Oh, meine ganz coolen Schiffe sind fertig. Da möchte ich bitte eins haben. Da. Ah, ja. Ich klotze und kleckere, ne? Ja, natürlich. Und da hätte ich keine Ahnung. Konstruktion complete. So. Erstmal vier Stück hier durchjagen. Konstruktion complete. Ich bräuchte erstmal so viele Planeten. Mhm. Ja. Hab ich. Beziehungsweise welche, die sich lohnen. Hab ich. Tö. Mhm. Na dann. Mhm. 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 Ja, ja. Wie gesagt, ich hab halt. Gerade tropische Welt erforscht. Mhm. Mhm. Zum Beispiel. Hier, da hast du dann auch einige gehabt. Oder habe ich einige gehabt, so. Ja. Na dann. So, ich dürfte jetzt auch ein Sekte erstellen. Oh. So, so. Ja. Genau. Boah, da ist auch wieder so ein geiler Riesenplaneter. Mit so richtig vielen Feldern. Richtig coole Dinge. Jo. Na vor allen Dingen, umso stärker der Sektor ist, umso mehr Zeug kriege ich auch. Mhm, genau. Von dem. Ja. So muss das sein. Mhm. So, dann wollen wir mal kurz ein bisschen kolonisieren. Kolonisieren. Incoming transmission. Ja, hier kriegst du ein paar Stern kamen. Freu dich. Freuen sie sich jetzt. Mhm, genau. So. So. Vor so ein Schiffchen weiterschicken. Research complete. Ach, mal zur Abwechslung ist ein Generalgestürm. Hey. Mal was anderes. Äh, ja. Oh, ich könnte das Schlachtpfiff erforschen. Mhm. Mhm. Mach doch. Naja, ich erforsche erstmal die Autokanone. Ist billiger. Mhm. Das sollte man dann auch abwägen. Ja. Das Problem ist halt, das Schlachtschiff kostet halt auch mal eben 7000 Forschungspunkte. Das dauert sehr, sehr lange. Und da muss man halt, wie Dragul gerade sagte, dort muss man abwägen. Ob man die Zeit warten will, schon, oder erstmal andere Sachen erforscht. Ja. Und vor allen Dingen sollte man dann auch die Ressourcen dafür haben. Dafür brauchen wir erstmal die Raumwerfstufel 6, die kostet 1000 Mineralien. Ja. Und die Schlachtschiffe kosten alleine schon 1000 Mineralien. Und dann hast du ja noch, du musst ja nur den Stromverbrauch rechnen, unterhalt von den Dingern. Die brauchen ein Jahr oder so, bis sie gebaut werden. Ja, lange dauern tun die auch noch genau. Das sind schon ein paar Sachen, die man da beachten muss. Ja. Aber sind doch auch die stärksten Schiffe. Das stimmt. Das ist natürlich dann so. Aber, wie gesagt, da muss man halt abwägen. Ja. Das ist ja das, was ich meinte letztens. Man muss halt überlegen, ob man sich erst auf Waffen spezialisiert, die hochpusht. Oder als Schiffstypen. Da muss man halt so eine Balance finden dazwischen. Zwischen Antrieb, Waffen, soziale Sachen, also so Planetenausbau-Sachen. Ja. Ist manchmal nicht ganz so einfach. Mhm. Ja, ich hab Minus-Dingen. Ja, hör auf zu heulen, ey. Na, ey. Ehrlich. Ich bin im Minus und du bist doof. Mhm. Ungefähr. Ja. Okay. Achso, das ist ja im Aufwerten. Kolonie established. System survey complete. So. Jetzt mach ich nicht wieder Plus-Energie. Gibt's ja gar nicht. Hui. Hm, hab ich mir auch gedacht. Hui. Sachen gibt's. Manchmal? Ja. Oh. So, die Trümmer auch erforscht. So, was machst du jetzt? Ich hab keinen Schimmer. Oh, da ist ein System. Nicht bewegen, du sollst ja der Kunde nur. Und? Der ist fertig, okay. Dann möchtest du doch bitte mal da hingehen. So. Jetzt haben wir hier wieder Plus. Wir haben Zeit. Wird auch mal Zeit. Jep. So. 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 Ich weiß zwar jetzt nicht wo, weil eigentlich überall welche drin sind. so. 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 Uhr cuenta. So. 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 Waren. ist auch nicht so gut. Ich habe keine Ahnung. wahrscheinlich nicht viel das ist üblicherweise ja wollte ich gerade sagen das übliche nix neues hier Oh, ja. Oh, ja. Research complete. Research complete. Oh, hätte ich auch langsam gerne. Research complete. Research complete. die hässlichen sind uns beugetreten doch ja wenn es sein muss ich finde das gut Konstruktion complete. Dann können wir eine Vorderation gründen. Sieht nicht so aus. Kannst du ein Früchtetgesindel da? Na ja. Was wollen wir machen? Rausschmeißen alle. Unlankbares Volk. Da lädt man sie schon ein. Habe ich jetzt alles? Der ist fertig. Die sind anbauen. Ja, sieht gut aus. Da unten. Genau links von mir sind ja welche. Ähm, ja? Die quatschen mich grad voll. Mich auch. Die wollen irgendwie Planeten von mir. Ja, von mir auch. Hm. Hm. Ich hab dich doch nicht rumkümmert in den Spacken. Mach mal ab. Genau. Ich glaub, das geht. Ja. Haben sie wohl nicht mehr alle. Wie hieß die? Oh mein Gott, das ist einfach ein Name. Quefotz. Äh, ja. Quefotz. Wo sind die denn? Erstmal gucken. Die können mich ja eigentlich nicht mögen, ne? Ähm, das ist ein gefallenes Reich. Oh. Das ist schlecht. Oh, ja. Hm. Waren die das überhaupt? Die uns da gerade angemacht haben? Ja. Ja, egal. Sie haben ja keinen Krieg gegen uns. Okay, doch. Hm. Das könnte jetzt, das könnte jetzt ein bisschen böse werden. Lol. Lol. Oha. Ähm, ja. Oha. Hm. Gefallenes Reich ist immer gefährlich. Eigentlich. Ja. Die haben so ziemlich... 24.000er Einheit haben die. Hm. Hm. Oh, ja. Das wird ja wieder sehr schön jetzt. Ja. Puh, 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 puh. Ähm, ähm. Andere Schiffsklassen. Also. Ja, natürlich. Muss ja lohnen. Haha. Warum hab ich das Schlosschiff noch nicht erforscht? So ne Scheiße. Ja, mal nur ein paar Kreuzer bauen. Ob das was wird? Hm. Abwarten. Der bleibt gerade meinen Hauptplaneten an. Mit 24.000ern. Aha. Ich seh's. warum kann warum ist er nicht darunter du hast ja nur auch wenn du die falle verlierst du musst halt versuchen die irgendwie irgendwie zu besiegen anders geht es leider nicht ja genau der da um ihn 32.000 stehen und dann noch mal 19.000 ja ja enemy cruis landing warum kann ich hier nicht darüber springen willst mich verarschen danke ihr habt keine ahnung planet lost the invasion ach hätte ich jetzt nicht gedacht ich auch nicht älter ich kann schon verlieren sowieso ziemlich schnell wenn ich mal stark von aus ja da brauche ich gar nicht schlacht kreuzer der hat schon 1400 hat schon fast so viel wie man ganz flotte aber ich habe gleich mal sauber besser als nix ja doch ein fast 1000 abgezogen da muss auch noch genau so einen faschisten nicht gefallen das reichen nehmen das musste ja sein ja natürlich muss ich ja loben auch da ist er ok schlacht kreuzer begleitschiff ja begleitschiff genau warum kann ich sogar nicht warum kann wir sie noch nicht bauen obwohl schlacht kreuzer und schlachtschiffs tatsächlich ist auch vier dinge und sieht genauso aus ich weiß jetzt nicht warum oder ok ich habe meine flotte an zwei an allen raumhafen verliehen doch eine flotte verliehen ok warum auch immer wie schnell das geht ja und er sagt er sagt gerade an ja landen gerade zur invasion und zack hast verloren ich guck gerade was der möchte ja alles weiß ich nicht was der möchte also vermüge mich da zwei planeten woran siehst du das unten auf das kriegs symbol und dann auf verhandeln und siehst du dann rechts unter dem was er möchte planet verlassen jetzt erst mal überlegen ähm ähm äh fast alle 1,2,3,4,5,6,7,8,9 und dich demütigen mhm die beiden den ach du meine unter den, den station unter attack station unter attack mhm ich sehe es gerade ich möchte eigentlich alle die wo über mir sind ja bis auf deine drei äh ersten genau alle links von meinem hauptplaneten will eigentlich haben mhm kann man so sagen ja mal die kreuzerreisen ohne hütte ab ey mein gott das beste ist wirklich man versucht sich mit einem was man versucht sich mit einem gefallenen reich gut zu stellen und dann irgendwie in anderen Forschungsabkommen zu kommen da man da ja einen schönen bonus auf seine Forschung kriegt ja das stimmt das stimmt und wer hat dir jetzt einen Krieger geklärt was die hat jetzt jemanden Krieger geklärt nee quatsch die anderen den anderen da den Royal Temmler ups ja da sind auch einige jetzt drin warte habe ich jetzt gelockt Hilfe Hilfe oh jetzt lohnt sich's richtig gerade jetzt lohnt sich's richtig gerade pfff pfff das ist echt der Hammer mhm mhm ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß auch jetzt schon worauf der hinausläuft ich auch das sind wir uns ja eigentlich ne Ach mal ne oh ah ach ja ist das nicht zu tragisch Das ist korrekt. Mit Neuanfang haben wir ja schon gesprungen. Ja, nicht nur in diesem Spiel. Ja. Aber das andere haben wir ja zum Glück nicht aufgenommen. Muss man ja sagen. Ja. Ich komme nur als Ansatzweise an 10.000 dran. An Stärke. Ey, da ist nur 1.300. Die könnte man schaffen. Da unten. Ich kann es mir nicht mehr leisten. Ansatzweise. Vielleicht kriege ich ja mal eine. Ja. Wie der bestimmt nicht. Nee, nee. Mit Schlachtschärfen könnte man das schaffen. So stark zu werden. Also auf jeden Fall nah an die Flotte dran zu kommen. An 20.000. Weil wir hatten ja auch schon mal ein Spiel. Da habe ich auch eine Flotte gehabt, die ich schon irgendwie 30.000 hatte oder so. Ja, genau. Und hat da auch noch nicht alles erforscht. Ich wundere nur, dass wir den so spät entdeckt haben. Nicht? Auch. Nee, überleg dir. Wir haben alles um uns rum schon entdeckt gehabt und dann erst den jetzt. Ja. Nicht schlecht. Ja, ja, ich kriege Minusenergie als Maul. Wie gesagt, da lustig ist, da hast du jetzt doch so einen Krieg hier rechts. Gegen da rechts die Ochsen. Ja, ich habe Flotte entdeckt. Hör auf dir hier, Mann. Flotte entdeckt. Ach, sag an. Wir sind so ein paar unterwegs gerade, ja. Ja, allerdings. Das ist auch geil. Das ist ein Schiff mit der 1400 Stärke. Ich habe, warte, acht Kreuzer und habe gerade noch 2.700. Ja. Das ist so ein Leckerchen. Jetzt nimmt ihr mich auseinander, das sehe ich jetzt schon. Jetzt kaufe ich mir mal in einer schönen Kreuzer mit meinen acht Kreuzern. Gegen einen von den Schlachtkreuzern von dem. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja. Oh, hat mich nicht getroffen. Was soll ich gerade den Namen haben? Haha. Ja, die Kreuzer ist gleich schon platt. Obwohl, jetzt hat er kein Schild mehr. Hm, wenn die die alleine wischen, können die nichts. Hm. Ich habe nicht einen verloren. Ja. Ist gut. Haha, 1400 platt. Sehr gut. Hey. So, das kann ich mich schon mal freuen. Ja. Ich habe was geschafft. Genau. Ein Schlachtkreuzer weniger. Ja. Sind nur noch, keine Ahnung, 5. Viele, auf jeden Fall. Ja. Ach, da ist ja die andere dicke Flotte. Ach, toll. Da hat er 20.000, da hat er, was hat er, 28.000. Ja, klar. Das muss sich ja lohnen. Selbst die Transportflotte hat Stärke von dem. Mhm. Wer ist jetzt gestoppt? Maul. Na, ich muss jetzt mal. Ja. Okay. Oh! So, Zweiter gekillt. Das läuft, würde ich sagen. Ja, ich gebe mein Bestes. Guerillakrieg, kennst du den? Ja. Ne, Freunde, wir werden jetzt mal entscheiden. Weil die Folge, die ist nämlich jetzt schon ziemlich lang. Wir werden die Folge jetzt erstmal beenden und dann werden wir uns mal zusammenschließen, ob wir neu anfangen oder nicht. Das werdet ihr sehen. Wenn die nächste Folge die nächste Staffel anfangen sollte, dann wisst ihr, dass wir neu angefangen haben. Aber nichtsdestotrotz, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst ein Kommentar da. Ansonsten würde einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei einer Runde Stellaris im Multiplayer. Ciao. Tschö.